es ist so eine hinter die backen hinter die also wir machen heute jetzt gleich sofort ich bin online guck doch mal ich bin in der auswahl ich bin ein spaß die der findet wir haben ja schon mal gibt es ja das macht so wie fast die hier ist wie ich was wir doch nicht machen uns leid ja ich weiß ich bin jetzt nicht wo auch eine viel gas raus also ich habe hier haben und zwar immer in badimba in badimba eisenstürmer plus mit 832 der menschen richtig geiles blaues wird hat so ein jod kristallschwert das war voll hälfte abgeht hälfte strom hast du gespürst das ist schneller kreuer das netz hat dann für den dazwischen mal rausschneiden es ist echt lustig wir haben extremst die geschwindigkeit mal zwei rein schneiden jetzt ist der nächste gesagt es weiß aber sie meint das kommt bestimmt voll lustig ja bunte überraschung wie so eine bunte überraschung mit einem part let's play überraschungs ei verstehe ich was hat das mit ei zu tun ja und es hat gar nichts mit ei zu tun ich habe ein lustiger begleiter das ist überraschungs fisch nennt sich nicht ja gibt es hier und fisch die fisch und wenn man doch ein schwanz oder so ein schwanz da weint der arzt ja nein mit flamen nicht flamen nicht aber es sind sehr gut von euch bewirkt was zum teufel was ist eigentlich die hoch und zeig meine meine starke flügelspannweite oder was so ich versuche mal hier jetzt bei dem sehr raus den den ich weiß nicht wie es nennen soll das ist ein lichtstein genau stimmt da kann man ja so licht ist das ähnlich ist ja ja dann also ich denke mal geht eine schockfalle bei dem ich aus gummi man ich habe eine schockfalle funktioniert mit strom stimmt das ist nicht leicht ist das ist voll lang dürfte ja mit dem schlag böse augen ganz interessantes erzählt soja und zwar ich bin doch ich habe vorher abbrechen das so ja das ding ist kaputt und zwar wir haben jetzt uns ist es ein gigant und zwar wenn wir den lausern auf stufe vier machen wollen wollen tun wir das nicht dann müssen wir soweit ich weiß stufe 1 bis 4 alle quatschen runter geholt ab du bist so ein spack wieso bist du außen nicht im gebiet mann außen nicht im gebiet hat sich wohl dass wir mal ausreden ausreden oder wir müssen nur die stufe vier kürz macht ich bin mir jetzt nicht sicher auf jeden fall irgendwann mal golden fisch fang dabei das weiß ich ganz sicher dass man das davor machen muss die fisch dann könnten wir stet sich tot könnten wir den da auch schon machen die frage ist ob sich das lohnt weil das ist ja eigentlich keine pflicht den zu machen und den seht ihr dann nur früh genug und das story her kommt dann zwar der schenker ohren zuerst soweit ich weiß aber trotzdem ich will den grad sterben lassen das sind die drei lette das ist einfach in deiner tasche stecken man es wird kein mensch sehen auch die hälfte sowas was tust du auch hier mal mal ab hier da kannst du es wo ist es denn ich habe es gesehen ja ich erkläre das jetzt nicht nochmal warum ich das singe sondern kommt einfach den vorherigen hartmann 10 die in euch und zeichnet die tue popcorn die tue popcorn ja e setzt euch hin denkt darüber nach dass ihr alle kein real life habt nein spaß äh und guckt's mal unsere ganze ganzen lezplay an das lohnt sich oder auch nicht das werde zuerst danach wissen das werde zuerst danach wissen das ist ganz gut wiederholt oh mein gott jetzt ich prall ab und ich hab blauer P oh er humpelt oh ich hab blauer P und ich prall ab und bin vergiftet oh und jetzt wär ich tot jetzt wär ich tot gewesen wo schlässer für B2 B2 oder ich weiß es auch nicht oh komm jetzt hat man so eine gute Zeit wir sind so ein Speed Killers und dann und dann und dann ist das so ein bisschen wir haben ja du hast das Gesicht aber ich verstehe ich aber ich sehe ich halt der Auge Mann ja hallo Mann ja hallo Mann B2 B2 also wenn wir den letzten gibt's erst gekillt haben hmmm 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 Under pressure nein 3 und das ist ein zweimal gerichtet werden und drei Minuten schafft ich habe danke das Wort was ich heute auch bin und sie kommen ja ich will also ich will Philipp Philipp das hat er schon öfters gehört dass wir über das können die mich mal in Ruhe lassen ich will ausbeuten das ist ein Jahr m der Philipp will später mal wenn er seinen neuen pc hat battlefield 3 let's play hot or not schauen wir mal ich hätte lust dazu ich weiß ja ich bin keine 18 aber wer ist denn heute schon 18 heute wird man nicht mehr 18 ich will das let's play keine ahnung mal schauen ob das was wird das machen weil ich die plätze voll ganz innen und sich das auch kaufen werden weil es einfach zu viel geld haben genau so viel geld wieso habe ich eisenerz bekommen zwei licht kristall bekommen wieso habe ich zwei gezeros kopf bekommen wieso bist du dummer lacke weil ich eingestellt habe schon wieder das ist halt echt reicht wenn ich einstelle krieg ich nutze und du bist echt ein arschloch böser mann sein arschloch ähm was kommt so spät jetzt ich habe das herr so viel zufrieden 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 machen so scheiße mit zwei passenden das gleiche fisch ja okay dann gibt es im nächsten paar das was für das sagt bei philipp der bosse ein ende ist die gefühlt wir haben hier zwei einmal in der sumpf ja und einmal im vulkan also wir sind mal schnell auf monstern der vorderung und schauen was wir brauchen tschüss